Ich habe das genießen und jetzt, und ich glaube, heute ist es unsere letzte Tage hier in Munniburg und ich bin ein bisschen zufrieden, um ein bisschen zurückzugehen. Okay, dann, du bist verpflichtet mit allen Programmen? Ja, alle Programme waren schön und ich bin zufrieden mit diesem Programm. Okay, danke. Und ich glaube, nächstes Mal, wir werden am nächsten Mal gleich. Okay, danke. Ja, ich danke Ihnen. Ich habe das Gefühl, war für mich. Ja, okay, danke.